Willkommen zurück, wir gehen nach Bunker Hill. Wir gehen nach Bunker Hill und sehen uns dieses schöne Bild von Maulwurstratten an. Ja, die haben wir schon oft genug gesehen. Gute Viecher. Die waren den anderen Teilen recht harmlos und hier kommen sie plötzlich aus dem Boden rausgeschossen. Die haben wir das Gefühl, die Ladezeiten werden immer länger. So, dann gehen wir erstmal den Shelly töten. Weißt du schon? Ja, ja, ist ja gut. Du hast Sinschins Lieblingskämpfer umgebracht. Aber jetzt werden wir dein Gottverdammtes Herz rausreißen! Hey, halt mal bitte. Hm, number one. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Der Zweite. Ach, ist die Kate. Ja. Wollen wir noch ein Stimpack drauf? Wir haben ja genug. Oh, ich muss jetzt nachladen. Oh. So, Shelly Belly. Komm her. Smile and Kate. Komm. Das bringt gar nichts hier. Zack. Tot ist er. Rest nicht. Okay, jetzt looten wir die hier noch. Ich muss hier als Silberschraut hier hin, ne? Wo liegen die denn? Da unten liegt noch einer. Das waren doch aber vier oder so. Zack, Kapuze. Wir drehen mehr gut. Auf dieses Plus darf ich jetzt, kann ich jetzt eh nichts hören. So. Wo war denn? Hier war noch einer. Hier habe ich noch einen getötet. Ist anscheinend weg. Das hier? Ne. Das war die Shelly. Smiling Kate. Ähm. So. Das hier. Töte Northy. Aber bevor wir Northy machen, liegt doch auf dem Weg jetzt. Äh. Das hier. Sicher den Treffpunkt. Das ist doch einfach da die Straße hoch. Da machen wir das doch mal mit, ne? Ist das hier die Straße hoch? Ne, wir müssen jetzt hier runter. Hauptstraße. Nick. Äh, Hancock. Was machst du denn? Komm doch mal mit. Hier habe ich ein bisschen Angst. Diese Railroad-Quest sind mir noch nicht so ganz geheuer. Oh, hier habe ich schon aufgerollt anscheinend. Ja, da habe ich aber alles schon gelootet. Dann haben wir doch den Treffpunkt vielleicht schon gesichert, oder? Nein, der ist noch ein Stück weiter oben. Okay. Also, das ist eine Attrappe. Guck mal hier. Eine Vase. Die nehmen wir mit. Cool. Komm mal hier rein. Oh, stell ein Lagerhaus. Mal gucken. Ob sich da ein paar versteckt halten. Ach, da war ich schon drin. Da war diese eine Ghoul, ne? Ja, da war ich, glaube ich, schon drin. Ja, da war sonst nichts. Da war sonst nichts. Was ist das hier noch? Ah, da war ich schon. Okay. Bisschen zertrümmelt hier alles. War ich auch schon drin, oder? Nein. Hier war es drin in diesen Waschmaschinen. Hat da jemand was drin versteckt? Ja, guck mal hier. Und kochen, Zigaretten. Komm ich hier raus? Nein. Muss ich all den offiziellen Weg gehen? Äh, warum jetzt zwei? Achso, ich hab das hier noch drin. Okay, nein, das ist das Nähere. 22 in diese Richtung. Ups. Und der kommt her. Ja. Wo denn? Oh, sag doch sowas, Matt. Wo denn? Hier ist doch gar nichts mehr. Hier. Ich sehe gar niemand. Er ist schon tot? Wo denn? ist der Treffpunkt jetzt schon gesichert? Noch einer. Ich sehe nichts. Ach hier. Was ist das denn? Hä? Stehe ich nicht. Abgeschlossen. Hier. Warte nachts auf den alten Stocken. Okay. Es ist Nacht. Dann setzen wir uns doch mal. Ach, ich hab noch das Silvershort Kostüm an. Naja, ich lass das jetzt mal an. Warten. Ach scheiße, es wird schon hell. Okay, dann ist es jetzt 9. Ups. Denke ich. Das hier ist H222. H2, das ist der Mensch, von dem ich dir erzählt habe. Nein. Wo denn? Ach, hier ist er doch. Da ist er doch schon. Schön, dich kennenzulernen, H2. Noch ein Mensch, der sich tatsächlich freut, mich zu treffen. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Denk dran, was ich dir gesagt habe, H2. Ich werfe das Signal an. Mr. Stocken meinte, dass ich nichts sagen soll. Kurz die Quest anschauen. Warte nachts auf den alten Stocken. Ich ziehe jetzt wieder meine Rüstung an. Keine Ahnung, was hier passiert. Kann sich ja immer noch ändern dann. Wie sieht es gesundheitstechnisch aus? Alles gut, ne? Nutsch. Warte auf die Kontaktperson der Railroad. Machen wir. Wann kommt die? Aber danke. Danke Ihnen allen. Pfeiße. Entschuldigung. Ja, stimmt ja. Du hast den Weg der Freiheit gefolgt und hast bei Switchboard aufgeräumt. Freut mich, dich bei uns zu haben. Möchtest du das Paket abholen? Ja, ich bin wegen des Pakets hier. Apropos, hey du, alles in Ordnung? Ein bisschen nervös. Aber es ging mir nie besser. Der andere Mann, er hat gesagt, ich soll nicht zu viel reden. Da hat er recht, H2. Du brauchst einen echten Namen und ein neues Gesicht. Aber dazu kommen wir noch. Wir sind noch mehr Raider gefolgt. Wir brauchen wohl noch mehr Hilfe. Mehr Raider? Klar, mein Ding. Kalibr aus dem Hauptquartier macht keine halben Sachen. Wir müssen zum Unterschlupf Ticonderoga. Das ist mein Zuhause. Viele der neuen Synths kommen dort unter, bis wir sie aus dem Commonwealth schmuggeln. Macht ihr dort sonst noch was? Wir kümmern uns hauptsächlich um die Neuankömmlinge. Die haben für gewöhnlich tausend Fragen, die ich beantworte, so gut ich kann. Und selbst haben wir auch ein paar Fragen über das Institut und so weiter. Ab und an kommen Agenten vorbei, um sich vor den bösen Jungs zu verstecken. Langweilig wird es nie. Ich gehe vor. Holger High Rise, obwohl ich eigentlich gar nicht in der Antraue mit? Ja. Wo sind sie die Raiders? Klar, weil die mit den Bossen zur Holzhütten stehen. Das ist der letzte Fehler. Ah, ein Glück. Es ist gut, H2. Wir müssen weiter. Zeit zum Einsammeln. Ich weiß dir, was war da? Ich bin kein Feuer. Ich bin kein Feuer. Ich bin kein Feuer. Irgendwann wirst du nachlassen, ihr Arschloch. Hallo? Ich muss da nicht rein. Guck mal hier. Ja. So, Zack. Oh, dann ist da noch einer. Da hinten. Guck mal einen an. Ich bin gleich da vorn, wenn du mit dem Plündern fertig bist. Plündern? Hört's doch gut an. Was ist mit dem? Oh, was ne Gurke. Was ist das eigentlich? Wie geil ist das denn? Okay, Rest brauche ich nicht. Okay, hier ist nochmal ein Blaser. Ein Terminal. Was kann das? Turmsteuerung. Deaktivieren, klar. Wären mir ja trotzdem mit dem Pip-Boy im Watz angezeigt. Also, ist doch in Ordnung. Darf ich jetzt plündern? Das ist doch nett. Okay, sonst scheint es hier nichts mehr zu geben. Hier geht es auch nirgends weiter. Da will ich jetzt noch nichts rein. Da ist er. Machen wir. Weiter geht's. Ja, lass mich vorbei, Hancock. Oder war das der H2? Das war der H2. Okay. Keine Gefahr in Sicht. Wo ist das denn, Hi-Rise? Ja, dann läuft er wieder zurück. Ich muss doch da hoch noch. Naja, was willst du machen? Hi-Rise. Wir können uns in Taikon unterhalten. Sofern wir dort... Ich muss mit dir reden, Mann. Ich will eigentlich hier gar nicht. Ja. Hier will ich mal neben wieder. Was ist das? Das ist doch der Trinity Tower, oder? Oh ne, ist immer noch dieser Plaza. Okay. Okay. Naja. Naja. So, was soll ich jetzt machen? Das war auch einfach, oder? Gehört alles zum Service. Ich glaube, ich werde dich sogar noch mehr mögen als Glory. Wenn du je essen oder auch nur ein Nickerchen brauchst, komm mit dem Aufzug hoch nach Taikon. Bist stets willkommen. Aber jetzt muss ich mich erstmal um H2 kümmern. Bis später. Stattet Dr. Kerring einen Bericht. Wo ist das? Ach, im Railroad Headquarter. Ja gut, jetzt sind wir aber schon mal hier. Jetzt gehen wir schon da hoch, ne? Nach oben. Jetzt gehen wir schon da hoch und gucken mal, was da los ist. Waffe können wir eigentlich mal wegstecken. Die sind ja freundlich hier, die Railroad. Zumindest momentan noch. Keine Ahnung, ob ich mich da irgendwie entscheiden muss. Für die, gegen die, für die Bruderschaft, gegen die, fürs Institut, gegen das Institut. Kann ich hier blündern? Ah, glauben wir mal hier. Okay. Ich kann nichts herstellen, alles klar. Geh weg, geh weg, geh weg. Was ist, warum kann ich das Zeugs entnehmen da drin? Eine Fat Man. Ich geh jetzt wieder runter. Glocke. Kommt da jetzt jemand? Okay, klar, hier haben die alles geplündert. Okay. Okay. Bevor ich runtergehe, gehe ich erstmal hoch. Ja, Hancock. Du bist aus dem Hauptquartier, oder? Ja, eigentlich schlafen muss ich ja anscheinend nichts. Okay, hier scheint wirklich nichts zu sein. Dann gehen wir mal nach unten durch, ohne den Aufzug zu benutzen. Och, Hancock. Bist mir jetzt schon auf den Keks hier. Hier ist der Aufzug. Das Heiken ist einer der wenigen Orte, an denen ich mich sicher fühle. Naja. Ein Hochhaus. Was ist denn, wenn die unten wegbomben? Ist das so alt, wie es aussieht? Komm mal hier und save. Hm. Geschafft. Was hier alles schön rumliegt. Klar. Ein Terminal. Kann ich jetzt hier die Dinger aktivieren, oder was? Nee. Die sind doch schon... Der liegt doch schon da. Ach, da ist noch einer. Nö, lass das mal. Nein, ich will hier die Nuka-Cola-Quantum nehmen. Nuka-Cherry. So, dann mal hier. Mit vielen Nuka-Cola. Sehr schön. Das ist ja schön. Kann man einfach blühen dann hier. Ja, ich renne jetzt hier natürlich nach unten. Nehme alles mit, was so geht. Cool. Und dann geht's auch schon weiter. Und dann geht's auch schon weiter. Gibt ja einen Haufen Zeugs hier. Ist ja cool. Ist ja cool. Ist ja cool. Hier wird ja wahrscheinlich nichts an Gegnern irgendwie rumfläzen. Denn... Das würde mich jetzt doch schon überraschen. Hier haben wir schon. Okay. Geht's noch mal weiter runter jetzt? Wo ist das Terminal finden? Ach, hier wahrscheinlich. Hier wahrscheinlich. Ach, geht's nach Cambridge. Okay. Sind wir wieder raus. Ah ja. Unterirdisch anscheinend. Mal hier. Ich hab' ich fast übersehen. Und hier. Hier noch ein Käuferchen. Friettenkleid. Das zieh' ich gleich mal an. Sind wir aber noch als Silberschrout unterwegs? Ne. Gut. Dann würde ich sagen, wir ziehen wieder unser Silberschrout-Kostüm an. Ehring lassen wir natürlich an. Silberschrout ist bestimmt verheiratet. Und hier machen wir einen Break. Nächstes Mal töten wir noch den, die das... Erstmal gucken. Wo müssen wir hier eigentlich dann hin? Ach ja, wieder ins Hauptquartier. Genau. Hab' ich schon gesagt. Gab leider keine Quest hier. Und nächstes Mal töten wir dann noch... Wo ist er jetzt? Hier. Northe. Wahrscheinlich ein Typ. Da oben. Hier. Das machen wir nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.